Ja, ihr müsst jetzt den Arsch in der Hose haben und am Telefon bleiben. Nicht auflegen, ja? Wenn ihr richtige Männer seid, bleibt ihr jetzt am Telefon und legt nicht... Nein, Entschuldigung, ich bin... Was? Ich bin Josephine. Josephine, wenn du eine richtige Frau bist, bleibst du jetzt am Telefon und legst nicht auf, ja? Warum? Warum? Weil wenn du auflegst, bist du feige, ja? Okay. Ja, also dranbleiben. So, von wo aus rufst du an? Von Nürnberg. Von Nürnberg, ja? Und wer ist da im Hintergrund? Hä? Wer ist da im Hintergrund? Meine Schwester. Und wie heißt die Schwester? Na? Wie heißt die Schwester? Venolia. Wie heißt die Schwester? Venolia. Julia heißt die Schwester. Venolia. Venolia, ja. Und wie heißt du? Josephine. Josephine, Josephine. Wo ist denn die Mama? Sie ist nicht da. Wo ist sie denn? Weg. Wo denn? Weiß ich nicht. Wie alt muss ich denn sein, um hier mitzuspielen? 18. Wie alt bist du denn? Ich werde 14. Oh, gut, das kann man gelten lassen. Wie sag ich jetzt mal. Ob jetzt 14 oder 18 ist eigentlich egal, oder? Nein. Schaust du diese Sendung öfters? Ja. Und warum hast du angerufen? Du wolltest einfach mal mit mir sprechen. Ja. Weil du mich so süß findest. Hä? Ja. Ja. Das kann ich verstehen. Ja. Aber du darfst hier nicht mitspielen. Und ich komme zu dir nach Hause und verhau dir den Hintern. FBI, open up! Ja. Ja.